Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute ATS, also American Truck Simulator Multiplayer mit, ja wir sind hier zu dritt im, also zu viert im Channel, aber es sind allein nur Twitch und Bullet, genau wir sind ein Convoy, die da spielen. Oh, er bremst schon wieder und, ja, von rechts Spiele, Achtung, von rechts, ich werde nicht mitgezählt, Alex, kümmere dich mal bitte um deine Legs, Mann. Ja, sorry, Mann, dass ich geboren bin. Ja, mir tut's ja wohl leid, Mann. Ich nehme jetzt die Kurve richtig hart, Mann. Oh, fahr doch! Mit der Geschwindigkeit kannst du die nicht beschocken. Das liegt daran, dass du lagst, also du lagst hinten rum, dann fährst du mir immer hinten drauf. Ich bin ja nicht mal bei dir hinten drauf. Ja, aber fast. Hey, ich lecke nicht, das Spiel läuft flüssig. Ja, aber das liegt am Sauber dran. Du lagst aber im TS. Sei leise. Es ist ganz lustig, das Spiel mit Lenkrad und sowas. Da macht's auch echt fun. Warum kann man ja nicht schneller? Hallo? Schau, der hat schon wieder was gesagt. Warum kann er nicht, warum? Oh, ich hab's doch disabled, Mann. Warum kann das immer noch? Disabled? Das ist doch voll geil, wenn der Funk kommt. Ja, das ist wirklich geil. Aber warum können wir das nicht? Das wäre so geil, wenn er auf einmal in die Hand kommt und das Funkgerät oben wegnimmt. Bei mir hängt genau ganz, also über Windschutzscharbe ein Funkgerät. Ja, ja, bei mir auch. Richtig geil. Auf Kanal 19. Dex, die kann man umstellen? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das ist ein Einheitsschirm. Ich glaube, ich muss mal unbedingt, ähm, ah, scheiße, falsch eingeordnet, gerade weiter. Was? Ich hab mir falsch eingeordnet. Wir müssen jetzt aus rechts. Boah, du Rowdy, Alter. Du, du Rowdy. Ich bin ein Gang-Echter-G, Alter. Gang-Echter-G. Ah, scheiße, Kurve, Kurve. Also, komm, mit deiner Geschwindigkeit brauchst du dir keine Angst machen, ob du die Kurve kriegst oder ne. Ich find auch... Da würd ich ja erst mit 120 Gedanken machen. Ey, das ist aber kein Spaß, wenn du ohne Anhänger fährst, ist das voll chillig eigentlich. Oh, ich find es mega dumm. Im LKW, wenn du First Person fährst, die, äh, Tarot-Anzeige, die stimmt einfach mal so, so gar nicht. Terror? Ich hab einfach alles deaktiviert, was, also, nur das Zeugs, wo eigentlich ein Eck da ist. Welche Terror-Anzeige? Terror? Terror? Du hast grad Terror gesagt. Nee, ich hab Terror gesagt, aber egal. Oh, Alter. Eine Terror-Anzeige würde da gesagt, wo er jetzt nicht dieser Terror-Anschnapp für übt wird. Ja, genau, Mann. Du bist da unten rechts die Karte, da ist alles rot verkehrt. Digga, warum ist mein LKW nur so langsam? Das liegt daran, dass du die Geschwindigkeitsbegrenzung erstellig aktiviert hast. Ups, ich hab gerade aus der Seelen Handbremse angemacht. Handbremse? Ich hab auch für den Alex bestimmt keine Ahnung. Junge, fahr mir doch nicht rein. Hey, Justin, weißt du noch, wo wir, die, ähm, wo wir ETS gefahren sind, in einem richtig großen Combine, da ist ein Roste gekommen und ist voll die Brücke auf die gestürzt. Hey, wie kann ich, wie kann ich in die Geschwindigkeitsbegrenzung rausmachen? Du kannst so einfach Gas geben. T. Mein Spaß, T. Was ist denn jetzt? T ist der Pompomat. Du kannst du einfach mal ganz kurz aufs Gas beteiligt, und dann geht die Uhr raus, man. Ja, ja, sie ist, sie ist raus, ja, sie ist raus. Ja, wie so, raps du. Alter, da, 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 da. Richtiger Rennwahrer. Richtiger Rennwahrer. Mach niemals den LKW-Führerschein. Ey, Pullet, Pullet. Fängt schon ab wie damals, oder einfach nach links rausziehen, wenn jemand überholt. Ja, es ist wie damals in Skandinavien-Western, es ist so geil. Ich kann mich noch erinnern, da war einmal so eine richtig harte Kurve, und danach kam eine Tankstelle, und du bist, und ich hab dich überholt, und du bist mir voll in keiner reingefahren. Wo müssen wir hin? Gerade. Luki! Das ist ein Simulator, ja, ein Simulator, habt ihr interessant, ey. Er ist so geil, er fährt so links einfach rum. Ey, wir fahren mal belachsamer. Äh, lau, schau mal nach rechts, die Brücke, richtig geil gemacht. Episch, ich seh zwar nichts, aber ist okay. Jungs, halt mal, tut mal langsam. Voll dagegen. Sag mal, wo fährst du denn, Junge? Wo fährst du? Ja, ich lass euch jetzt nicht mehr vorbei, das ist mein Trick daran, ne? Twitch. Ja. Wir müssen mal zersammeln, ich von der Straße abrängen. Das könnt ihr gern probieren, ich glaub, ihr seid zwei leichtgewichtig gegen meinen. Einer links, einer rechts, und beide von uns, äh, und beide... Das haben wir auch mal gemacht, wenn ihr das. Wo ist Twitch eigentlich? Ja, ich bin hinter euch. Das seh ich. Weil mein Lenkgrad ist so scheiße, kalibriert grad, ich... Das lenkt einfach zurückartig. Oh, meins hab ich mit First Ride Perfekt kalibriert, ey. Alter, meins zieht auf einmal nach links, so, bootz, 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 alter. Boots, bootz, bootz, bootz. Boots, bootz, 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 digger. Oh, richtig geil gemacht. Ey, jetzt geht doch mal bis zum Gas runter, ey, ich will mal wieder Wii-Double-Auf holen. Pfff. Ey, das ist so geil, wenn die Straßen so richtig leer sind, ey, du kannst richtig abgehen mit dem LKW. Ja, das ist ja nicht so richtig Spaß. Ja, ich fahr grad 110 kmh, aber egal. Ich fahr 68 mph. Mph? Ah ja, meist pro hour. Per hour hieß das, ne, pro hour. Muschi sagst, es gibt Behrenkraft. Ne, das war denk ich, was du gesagt hast, aber egal. Ey, sag mal, man, komm, Twitch, komm, wir warten auf dich. Ja, ich hab doch gesagt, es war verdammt langsamer, ey. Ey, könnt ihr auch freihändig fahren? Ja, scheiß LKW. Du hast den gleichen wie wir. Ja, das ist scheiße, man, ich brauch den anderen. Ich fahr mit meinem Knie. Du fährst mit deinem Knie? Ja, ich tu mein Knie so ans Lenkrad, dann bewege ich mein Knie entweder nach links, dann fährt das Ecke nach rechts. Alles klar. Ja, ist echt so. Ey, du willst, du, äh, du, ähm, tust nach rechts lenken und fährst nach links. Ja, wenn du dein Knie nach rechts drückst, dann dreht sich das Lenkrad nach links. Meinst du, wenn ich nach links lenke, fährt er nach links? Ja, du Idiot, nein, wenn du dein Knie nach rechts... Egal. Was? Ich versteh mich. Ja, ist ja jetzt so, egal, eure Knie sind beide hässlich und fertig. Ich liebe es, das Spiel auf Ultra zu haben, das sieht einfach so geil aus. Ja, soll ich mal sagen, was ich liebe? Fahrt mir mal ein bisschen dichter auf, das ist richtig witzig gleich. Battlefield auf Ultra, Witcher läuft auf Ultra, aber nur bei Armour wird's bremslich. Ja, ich auch auf 400. Ja. Was ist 400? Oh, wir müssen in die Wegestation rein. Was? Also ich zu müssen. Wo musst du rein? Wirklich? Ja. Also ich muss nicht wiegen. Wiegen? Wiege Station, ja. Ja. Warum das denn? Weil's cool ist. Seit wann ist das denn drinne? Ist realistisch, in real life musst du das so so machen, zwar nicht so oft aber aber du musst's machen. Das macht er ja fach. Es sollte mal so richtig Zollkontrollen gehen, dann hätt ich mal übelstellt. Ja, aber das ist schwer umzusetzen wegen der KI. Oh, ich muss ja mich gar nicht wiegen, du musst dich ja nur wiegen. Weil die KI ist ja im Multiplayer deaktiviert, also von daher geht das ja schlecht. Weil sonst so gab's ja im Singleplayer gibt's ja die Polizei. Und hast dich gewogen? Das Dumme ist halt, das Gewicht ist immer korrekt. Ich werd mal wissen, was ist, wenn's nicht korrekt wird. Du musst einfach so absatteln, während du davor aufstehst. Jetzt soll ich mal sagen, was richtig lustig ist. Jetzt kommt's. Ach, schade. Bissi. Weck mich. Ok, pass auf, ich schließe. Kommen wir gerne nochmal zum Brokerkick. Ja, lass mal. Aber ja, lass mal kurz ein Drive-In kommen mit LKW-Auflieger. Ja. Ey. Passen wir bestimmt durch. Ich hab meinen verschreckten Motor ausgemacht. Was ja voll viel bringt, ne? Ist ja nicht so, als würdest du das Ding weiterrollen. Scheiße. Hör auf die Hupen, Junge. Was ich missbrauche, ich rufe leider Bullen. Missbrauch. Wo müssen wir denn hin? Ey. Nicht abdrängen, nein, 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 nein. Längst. Boah, Junge. Nicht hier. Hier. Wo denn? Hier. Ja. Wo ich gerade eingebogen bin. Hey, wo bist du denn eingebogen? Da, wo du nicht eingebogen bist. Hey, sag mal, wo bist du jetzt eingebogen? Ach, da ist Twitch. Okay. Ich war da im Muss. Ich fahr Twitch jetzt in daher. Oh, das ist eine schlechte Entscheidung. Wir sind gleich da. Nicht. Ey, das ist doch nicht so wohl. Mit dir, äh... Von von zwei Meilen. Twitch. Ich glaube, wir fahren auf der falschen Straßenseite drauf, oder? Ne, doch nicht. Ne, doch nicht. Jungs. Ja. Ach, ne, ne, okay, ne. Ich bin gerade mega vom ETS ausgegangen, dass wir links fahren müssen. Ich auch. Weil in ETS wird es immer schlimm. Kaum warst du in London, äh, äh, in England. Ja, ja, es ist ja auch so. Du weißt, was ich immer so hart gefeiert hab. Wenn du dann rausgefahren bist. Das Schlimme daran ist ja immer, du denkst dir die anderen LKW-Fahrer sind zu dumm, weil sie hier rechts fahren, also auf deiner Spur fahren. Die Weile fährst du ja aber falsch. Richtig bin. Da rufst du bei den Bullen irgendwie nicht so, weißt du. Alle kommen entgegen, nur ich fahr richtig. Ja, solche Fälle gibt es ja wirklich. Da rufen wir bei den Polizern, machen Geistfahrer und behaupten, es würden alle Geistfahrer machen. Das gibt's wirklich. Kein Spaß. Ah, ihr seid da vorne. Okay. Ach. Ach. Ich muss unbedingt mal wieder Musik einfügen. Ich wollte gerade sagen, ich mach mal kurz Musik an, pass mal auf. Ja, schon. Mach mal hier im Test. Aber dazu brauch ich ne Gerade, jetzt kommt hier ne Kurve, das ist scheiße. Ne, ne, ich mach Musik im Teamspeak, pass mal gut auf. Das ist das geilste Lied. Ach schon. Passend zum LKW. Ich und mein Holz. Ich wusste, ich wusste es einfach, dass das kommt. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Holz sieht sehr schön aus, Holz ist zielseitig. Ich und mein Holz. Du kannst es verbrennen, du kannst es sägen. Ich und mein, ich und mein Holz. Ja, wenn du es verbrennst, dann spendet es Wärme. Ich und mein, ich und mein Holz. Aber wenn du es sägst, dann nicht. Und jetzt mal alle hin. Er ist dazu gepasst. Rechts. Rechts. Rechts oben. Der rechte Weg ist der rechte Weg. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Jetzt auch wieder hoch müssen, Mann. Rechts ab, Mann. Ey, mach mal wieder aus. Ich und mein Holz. Fahr doch. Stopp. Stopp. Was für ein Stopp. Wartet. Wartet, wartet, wartet. Bleibt anstehen. Ich will gerade noch Musik anmachen. So, okay. Welches Radio hast du an? Truckers FM. Truckers FM. Anhalten. Wartet. Ich muss die Leutestecker noch hören. Okay. Oh, fahr doch. Ja, ich glaube, das war der Richter. Da kommt zwar gerade scheiß Musik, aber ich glaube, das war der, den ich immer anhalte. Ich hatte bei ETS auch immer einen Sender an, der war richtig geil. Da kam einfach die geilste Mucke, ne? Ah, schon. Äh, das ist gerade, das geht gerade nicht, wir müssen mich verarschen. Wartet mal, halten wir mal an, das ist irgendwie nicht der Richter-Radio-Sender. Wartet mal. Ah, so geht's Fernlicht an. Weil ich habe mir die ganze Zeit so einen scheiß gejodelt anzuhören. Geh mal auf DevJ Radio. Was? DevJ. Das ist gleich oben drunter. DevJ, ne, ist bei mir nicht ganz unten drunter, warte mal. DevJ. DevJ ist cool. Da kommt geile Mucke. Ah, hier, DevJ. Das ist cool. Da kommt eigentlich immer neue geile Mucke. Warte. Okay, jetzt so. Okay, jetzt ist es geil mit Fernlicht zu fahren, muss ich sagen. Ja, warum blend mich? Warum blende ich dich? Wiegel. Wiegel? Oh, das ist ja echt geile Mucke, oder? Ja, den höre ich immer. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Holzi, holzi, holz. Ja, warte, dann stell dich gleich auf. Ja, ich hätte gerade irgendwie Bock hier mit dem Motorrad zu fahren. Eh, es gibt doch jetzt Autos in ATS. Hä? Ja. Mods aber nur. Nein. Die sind richtig im Spiel drin. Wo? Man kann Autos fahren. Du musst nur an ein LKW hinladen gehen. Hä, wie? Ohne Scheisse. Okay, lass gleich eins kaufen, Alter. Ja, wir fahren gleich mal alle mit Autos. Alter, wie schnell fahren die? Die zu schnell, glaub mir. Okay, geil, ich gebe mir vor. Links, Achtung, stopp, 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 stopp. Digga, kommt aber früh von dir. Alter, wenn da jetzt einer gekommen wäre, wir hätten den so umgenietet, ne? Aber das kommt echt früh von dir, Junge. Hä? Ich habe es selber nicht gesehen. Junge, fährst du, du hast doch dein Navi. Ich fahr auch ohne Navi. Ja, du hast doch dein Navi im LKW. Ja, aber nur das unten rechts, dann schaue ich nicht so oft drauf. Oh Junge. Was denn? Du hast gedeesinged. Ja. Bist du tot? Oh Junge. Man kann doch nicht sterben, Idiens. Er denkt einfach mal, könnte der Idiens testen. Ey, wie konnte ich gleich nochmal mein Navi ingame wegmachen? Ist rechts. N oder so. F5 wieder drücken. Ne, F5, da mach ich dann durchschneide Zoom verändern. Den Zoom. Äh, dann F4, glaub ich. Ne. F2, F3, F3. F3. Probier's doch einfach alles aus. Boah, Alex, danke, Alter. Du bist so ein... Ey, Leute, ganz ehrlich, einfach probieren, ne? Probieren geht über... Oh, sind wir schon in Los Angeles oder wo wir sind? Es dauert noch ewig. Wie viele Kilometer? Achtung, ne? Wir müssen gleich rechts. Okay. Ich bretter dir voll rein, Mann. Scheiße, ich müsste tanken, egal, zu spät. Woran sehe ich denn das? Ey, ich bin mal in ATS die Strecke gefahren, ne? Wo ATS noch so richtig viele Leute gesuchtet haben, ne? Ja, aber Europa 1 war so überfüllt. Ja, da waren wir so eine Stelle, ähm, da waren wirklich hunderte Spiele, hunderte. Das hat gelebt wie Scheiße. Und da war nur eine Spur und jeder hat sich einfach durchdringeln wollen. Ich stand da ne halbe Stunde, ich musste mein Screenshot auf meinem Steam Profit anschauen. Richtig krass. Ja, das kenne ich, weil da hab ich damals mit Marcel gespielt. Richtig wild. Und vor allem da ging's so eng her und dann haben wir so Idioten von der Gegenspur gedrängelt, gedrängelt, du konntest halt nicht mehr weiter ausholen. Ja. Das war richtig witzig einfach nur noch. Das hat man irgendwann auch genervt, weil du einfach nicht mehr da hin gekommen bist. Ja. Aber trotzdem fand ich's geil, das war mal so richtig geil immer. Ja. Ich finde auch, wenn man ATS... Oh, Alex, du du singst übelst. Oh, stopp. Rechts ab. Na, Alex, es liegt an... Hey, es soll was auffallen, wir müssen eigentlich die ganze Zeit nur rechts abbiegen. Also bei mir läuft das Spiel... Ja, Alex, du hast ne richtig scheiß Ping. Ja, aber bei mir läuft das Spiel flüssig. Ja, aber das ist ja egal, aber dein Ping ist mega scheiße, deswegen du du singst du. Dafür kann ich nicht. Ja, hast du irgendeinen Downloadablauf oder so? Ja, ja, gibts zu. Ja, die Pornos lade ich zur Zeit nicht runter. Ah, scheiße, Lenkrad unkalibrieren. Oh, Alex. Ja, ich musste grad anhalten, Mann. Dann lass mich lieber vorfahren. Nein, meine Bremse hat grad gehakt. Ja, wir sind da. Scheiße, Mann. Leute, wir sind da, ne? Als ob der jetzt so langsam fährt, Alter. Was ist bei dem denn schief? Wir sind da, als ob es jetzt hier wirklich Autos gibt. Wenn du mich jetzt hier grad verarscht hast, ne? Also es wäre schon mal geil. Wenn du mich verarscht, ich rahme dich die ganze Zeit. Ne, ohne Scheiß. Lol, da links ist ein UPS. Was ist da? Da links ist ein UPS, ein echter. Ein echter? Gibt's doch nur einen echten? Der echte. Das ist... Oh, halt's mal. Ich muss gleich erstmal mein, mein, ähm, Radio-Sumple leiser machen. Ja, ich verstehe euch nämlich kaum noch. Kurz mal rechts. Achso, das muss ich schon mal. Ah ne, gerade, 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 gerade. Na egal. Sorry. Ey, sag mal, was ist denn... Alter, wie geil. Alex, wo bist du hin? Ja, ich bin hinter euch, man. Ich fahre irgendwie grad zu langsam. Ich verstehe nicht, warum. Na, wahrscheinlich, weil, ähm, LKW-Marsches. Nö, ich hab... Nein, das liegt daran, dass du hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 37 MPH hast. Und auch... Weil das ist immer in der Stadt so. Weil wir sind auf Server 1 und da ist Geschwindigkeitsbegrenzung an. Als ob. Weil auf Server 2 spielen zwar mehr, aber das sind einfach die ganzen Radies. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Okay, nächste rechts. Gut. Okay, ich kauf mir jetzt erstmal ein Auto. Das gibt's eh nicht, safe. Doch. Ich will, ich will, ich will auch... Was wetten wir? Ich will, ich kauf mir... Da links ist einer. Nee, nicht mal. Arbeitsagentur. Da vorne ist einer. Da vorne an der Werkstatt. Okay, und was wetten wir, Bullet? Um feuchten Händedruck. Scheiße, Verfahren. Ich will dann, dass ich mein Aufflieger... Ich kauf mir jetzt ein Auto. Ne, ich will jetzt auch gucken, ob's da ist. Wir müssen aber alle dieses Pilot-Auto nehmen, ne? Weil die Polizei-Auto... Ne, können nur Registrierter. Also es gibt eigentlich mal Pilot-Inversion, Auto... Also Pilot und dann gibt's noch Polizei. Als Polizei können wir halt nur gewaltlose Typen. Leider. Ja, das ist doch voll langweilig als Polizei. Ich wende mich hier schon der Raudi. Naja, dann musst du Pilot-Auto nehmen. Ja. Glauben wir. Das ist lustig. Weil das geile ist ja, wie schnell es dich aus der Kurve raushaut. Ja, ich wirf dir jetzt. Loil da links den ganz viel Motorräder, aber so hässliche Chopper. Komm, hier soll es noch ein paar Enduros geben. Oh ne, die haben geschlossen. Sind Pinn. Ähm, das geht nicht auf dem Server. Doch. Hä? Nein. Doch, ich hab uröfters gepinnt. Nein, das geht nicht. Die Zeit ändert sich auf dem Server-Safe nicht. Als ob, fahr doch vorwärts scheiß Fahrzeug. Sonst kaufen wir etwas online. Doch, die Zeit verändert sich. Nein. Ne, doch ne. Es ist eh schon 3.43 Uhr, der macht eh bald auf. Ja, dann lass doch online. Oh, was machst du denn? Ich park doch neben dir, chill dein Leben. Dann lass doch einfach online machen. Ja, sag ich doch, online kaufen. Lkw-Händler eh nicht, wetten? Doch, da oben ist er das Skoda. Halt echt. Gibt es auch einen besseren? Ne, es gibt nur den Skoda leider. Schwul. Hä, was macht ihr denn jetzt? Als ob es wirklich Autos gibt. Wo denn, wie muss ich denn das jetzt machen? Äh, einfach online kaufen. Kaufen. Hä? Wie funktioniert das aber nicht? Dann tu ich meinen jetzigen Lkw-Abonnier ändern. Hä, wie online kaufen? Ach ne, ich muss besucher ausgewählten Händler machen. Hä, wie, wie online kaufen? Hä, wie online kaufen? Hä, wie online kaufen? Hä, wie online kaufen? Hä, wie online kaufen? Lkw-Händler oder wie? Geh mal hoch, zu welchem gehen wir? Was? Ein Dark Bakersfield, gib mir ein Bakersfield. Ich wurde vom Server gekickt. Ey, Jungs. Du willst es aus dem Server. Du kannst es nicht aus dem Server benutzen. Du kannst es nicht aus dem Server benutzen. Ein Auto kann man vielleicht hier gar nicht benutzen. Ich hätte es mir aber extra für den Online-Modus gedacht. Die Autos sind ja extra für den Online-Modus reingebracht worden. Warte mal, warte mal. Ich schau mal ganz kurz. Warte. Ich meine, das ist toll, Mann. Jetzt muss ich mein scheiß RTS neu starten. Warte. Ich kontrollier's dem ab. Garage Manager. Ich muss eine neue Garage schnell. Die wurden aber extra für den Online-Modus gemacht. Hundertprozentig. Ja, ich hab davon keine Ahnung. Ich hab schon länger nicht mehr gespielt. Nein. Ich und mein Holz. Hä? Und wo? Ne, ich werd Insta wieder gekickt. Hä? Die jetzt nicht so. Kann ich irgendwie mich ingame wieder einloggen? Ohne, dass ich das Spiel neu starte? Äh. Wurdest du gekickt? Ich konnte mal die kleine Manschette öffnen. Äh, das weiß ich nicht mehr. Das ist, das meinte ich ja vorne. Ich glaub, das war diese Taste neben Y oder Tab. Ich weiß es aber nicht. Ja, Tab funktioniert aber nur im Online-Modus. Ich muss mir erst mal einen LKW kaufen. Hä? Ein Auto? Hä? Wie spät? Ne, Auto geht doch aber nicht. Warum weißt denn du das? Ja, woher ich das weiß? Wenn ich das ausrüste, dann werde ich Insta gekickt. Äh, stopp. Warte, ich probier's auch mal. Dann gehen wir auf den Zweier. Vielleicht geht's da. Jungs, das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Video. Das kann sein. Das kann sein.